Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, diese Proteste, wie sie hier in Deutschland nur relativ maul stattfinden, sind in einigen anderen Ländern Europas sehr viel heftiger. Auch teilweise ganz bei uns in der Nähe. Wir haben es mitbekommen, als in der vergangenen Woche in Belgien die Eisenbahner streikten und deswegen auch bei uns einige Züge ausgefallen sind. Aber im Augenblick am deutlichsten zur Sache geht es, wie Sie ja sicherlich wissen, in Frankreich. Und das ist das Stichwort Alban. Alban hat sich angeboten, einen Text hier vorzutragen von, wie heißt er nochmal, Frank Jablonka. Der war vor einigen Wochen schon mal hier in Aachen und hat genau an dieser Stelle aus Frankreich berichtet. Jetzt ist er wieder in Frankreich und hat mal einen Bericht zur aktuellen Situation der Sozialproteste dort verfasst, den Alban uns referieren wird. Ja, vielen Dank. Ich richte euch die Grüße vom Frank aus und übrigens auch die Bitte, dass wir gerne aufgefordert sind, quasi einen Gruß zurück an die französischen Kolleginnen und Kollegen zu schicken, in denen wir sie zu weiteren Protesten am Stacheln und von dem berichten, was wir hier in Deutschland anstellen. Also Frank schreibt uns, und ich lese das jetzt so vor, wie er uns das geschickt hat. Alle Räder stehen still, wenn unser starker Arm es will. So aktuell in Frankreich. Alle Räder, Fragezeichen, nicht ganz alle, aber immer mehr davon. Alle zwölf Raffinerien des Landes werden gestreikt. Der Stoff, aus dem die Ferienträume, jetzt zu Beginn der Herbstferien, gemacht sind und die die ausgepowerten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberfamilien in die Britannien oder ans Mittelmeer verfrachten soll, fließt nur noch tröpfchenweise. Und auch im Schwerlastverkehr gilt zur Zeit die Regel, One Drop Only, nur ein Tröpfchen. Das trifft das schwer gebeutelte Streikbrecherherz, bleibt ihm doch nichts anderes übrig, als aus technischen Gründen in den Solidaritätsrhythmus einzustimmen. Klammer auf, eine Runde mit Leid. Das lässt das Kapitalistenherz bluten, ist es doch angesichts allfälliger Blockaden gleichfalls aus dem Takt geraten. Und das ist ja auch die Absicht. Wehtun soll es. Und so schreit denn auch, etwa in meiner Region, in Amiens, der Chef des Arbeitgeberverbandes, MEDEF, laut und vernehmlich Aua. Dort wird das Industriegebiet Amiens Nord in letzter Zeit durch die Sozialpläne und Standortverlagerungspläne, unter anderem des Reifenwerks Gutier, arg ins Gespräch gekommen, der besonderen Zuneigung der Blockierer zu teilen. Die Blockierer grottieren sich nicht nur aus Beschäftigten vor Ort, sondern erhalten solidarische Verstärkung aus der Innenstadt und selbst aus Schreck von den Studierenden. Denn die Universität von einem Jahr wird, ebenso wie ein halbes Dutzend anderer Hochschulen im Lande, ebenfalls blockiert und bestreikt. Hinzu kommen die landesweiten Streiks von Oberstufenschülerinnen und Schülern, gegen die die Polizei mit brutalsten Mitteln zur Sache geht. Das tut sie auf Geheiß des Innenministers Brice Ortefeu, der wegen rassistischer Ausfälle bereits schon einmal strafrechtlich verurteilt wurde. Ja, wenn sich die junge Intelligenz mit der Krasse der Arbeitgeber verbrüdert und verschwistert, dann ist der lange Marsch bald am Ziel angelangt, möchte man hoffen. Aber diese Hoffnung kann auch trügen, das haben die Menschen in Frankreich, äh, Frankreich zum Beispiel schon 1968 erlebt. Das gehört eben zu den Besonderheiten der französischen Politikkultur hinzu. Der Geist der französischen Revolution weht allen sozialen Bewegungen stets voraus. Aber dieser revolutionäre Geist ist eigentlich ein bürgerlicher und deswegen droht der revolutionäre Schwung immer zu erlahmen, sobald er die bürgerliche Herrschaft schlechthin bedroht. Lasst uns hoffen, dass nach der Mobilisierungspause in den Herbstferien der Protest-Elan wieder verstärkt angefacht wird. Die Ferien könnten für die Regierung erstmal eine Atempause bringen. Leider spielt der Generalstreik, den viele aus der sogenannten Linken, der französischen Linken, vorschlagen. Auch diesmal keine Rolle in den Diskussionen, wird nicht in die Tat umgesetzt. Dazu sind die vom herrschenden kulturellen Klima und durch die Regierung geschürten Entsolidarisierung ist das jeder für sich einfach zu stark. Gegenüber einer Regierung, die sich selbst den handzahmen Gewerkschaftsvertretern gegenüber jeglichem Dialog verweigert, ist davon auszugehen, dass der Großteil der Bevölkerung bis spätestens Weihnachten Zähne knirschen, das Los hinnehmen wird. Und das Los hinzunehmen würde bedeuten, dank der Verlängerung der Lebensarbeitszeit zwei Jahre zusätzlich gratis für das Großkapital zu schuften. Die jetzigen Rentnerinnen und Rentner stehen der Streikbewegung ohnehin mit gemischten Gefühlen gegenüber. Wenn es nicht gelingt, bei den nächsten Nackenschlägen der Regierung ab 2011 im Vorfeld des Wahljahres 2012 die Mobilisierung zu potenzieren, besteht die Gefahr, dass die Hauptprofiteurin der derzeitigen sozialen Bewegung die französische Sozialdemokratie sein wird, die auf den Protestzug aufgesprungen ist und sich bemüht, verlorene Sympathie zurückzugewinnen, um im Falle des Wahlsieges genau dieselbe Politik zu machen, gegen die sie jetzt gerade aus die Straße geht. Solidarische Grüße von Frankia Blanca aus Amiens-Bouvet in der Bunkardie. Danke Frank und danke Alban für das Übermitteln dieser Grußadresse aus Frankreich, wo sich der Zorn sehr stark auch an den Plänen zur Verlängerung der Zeit bis zum Rentenantritt entzündet. Und der Protest gegen die Rente mit 67, wie sie bei uns eingeführt werden soll, der ist auch ein wichtiges Thema auf der Protestveranstaltung, die am Freitag hier am Elisenbrunnen stattfinden wird.